Leonardo DiCaprio ist unbestreitbar einer der gefragtesten Namen in Hollywood. Der Schauspieler, der seit den 90er Jahren Teil der Branche ist, erfreut sich aufgrund seiner auffälligen Leinwandpräsenz und seiner aufrichtigen Darbietung in einer großen Fangemeinde. Jetzt steht er wegen einer offensichtlichen Entwicklung in seinem Privatleben im Rampenlicht. Der Star soll sich von Model Camilla Morone getrennt haben. Die beiden waren vier Jahre in einer Beziehung. Es gibt jedoch keine offizielle Ankündigung diesbezüglich. Leonardo DiCaprio, Camilla Morone getrennte Wege? Leonardo DiCaprio begann vor fast vier Jahren mit Model Camilla Morone auszugehen. Nun wird berichtet, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Laut Dessern beschlossen Leonardo und Camilla, ihre Beziehung diesen Sommer zu beenden. Die beiden wollen sich dazu noch nicht äußern. Der Bericht besagt jedoch, dass die Trennung erfolgte, weil die Beziehung zu einem natürlichen Ende gekommen war. Berichten zufolge gibt es auch kein böses Blut zwischen dem Titanic Store und Camilla. Leo und Camilla haben ihre Beziehung im Sommer beendet. Es gibt keine schlechten Gefühle zwischen ihnen. Es kam einfach zu einem natürlichen Abschluss, sagte eine Quelle gegenüber The Sun. Über ihre Beziehung Leonardo und Camilla begannen ungefähr 2018 miteinander auszugehen. Ihre Beziehung erregte aufgrund des Altersunterschieds von fast 22 Jahren zwischen den beiden ziemlich viel Aufmerksamkeit. Leonardo DiCaprio und Camilla Morone wurden deswegen oft getreut. Das Model hatte einmal ihre Kritiker angegriffen. Sie sagte, dass es den Menschen erlaubt sein sollte, sich nach ihren Entscheidungen zu verabreden. Beschäftigte Zeit für Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio macht unterdessen eine arbeitsreiche Phase durch. Der Schauspieler war zuletzt in der politischen Satire Don't Look Up zu sehen. Der Film wurde von Adam McKay inszeniert. Zur Besetzung gehörten unter anderem Jennifer Lawrence, Rob Morgan und Jonah Hill. Leonardo arbeitet derzeit an Killers of the Flower Moon unter der Regie von Martin Scorsese. Das Krimi-Drama hat eine Ensemble-Besetzung, zu der Robert De Niro, Jesse Plemons und Lily Gladstone gehören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017